Hat eben geklappt. Ich habe sonst immer 100 Raketen vorbestückt und dann mit großen Stellen. Das bringt es nicht. Das kannst du machen, wenn schlechtes Wetter ist. Dann kriegst du nur die Folie ab. Aber so ist das ja viel cooler. Auf jeden Fall. Ach, da ist eine Salute. Die tue mal außen hin. Ja, aber ich kann die auch zünden, wie ich will. Bis jetzt ist nichts übergezündet. Geh mich nie. Alles nur Premium. Ich kaufe nichts ohne Schweif oder irgendwie. Die kriegst du nur beim Fachhändler. Also egal wo. So viele hast du doch gar nicht hier, oder? Ja, in NRW hast du schon einige. Ja, auf jeden Fall. Also Grevenbruch. Kalten Kürchen ist jetzt neu. Da habe ich mir selber mitgeholfen. Aber jetzt gibt der wieder sonst drehen. Ja, sonst. Mal gucken. So hält der besser. Ja, die Schrauben sind ein bisschen lose. Ich war zu faul. Wenn das gleich nicht geht, ich habe auch Erdspieße, dann können wir den hier festigen. Aber wird schon klappen. Ich muss den mal ordentlich machen. Da sind schon ein paar tausend Raketen mit geschossen worden. Schöne Donner-Hall. Ah, Argento Gold Rocket. Kriegst du gar nicht drauf. Geil. Die Kamuro hatten wir auch noch nicht. Argento von Funke. Jetzt kommt ein Z1. Das müsste die 22er-Charge sein. Ja. Ja. Boah. Boah. Ja. Echt. Super. Du kannst doch schon beim Auge sehen. Das ist mir hinten aufgefallen. Funke auf jeden Fall. Ja. Boah. Das war, glaube ich, eine Stern-Rakete. Ein Himmelsstörmer. Ein Himmelsstörmer. Ein Himmelsstörmer. Der Knall ist barial. Ja. Jetzt wieder eine Glättertanz. Glättertanz, ja. Ja. Oh, schön. Stark, stark, stark. Geil. Geil. Ja. Ja. Jetzt wieder so eine alte Premium. Genau. Wahrscheinlich wieder simulant, violett. Zing. Ja, mit weißer Kappe. Ich glaube, gelbe Kappe. Gelbe? Jetzt sehen wir jetzt. Hey, du hast recht. Boah. Das ist die Brokat Wasserfall. Ja. Ey, ich hatte eben eine Quad-Liber. Habe ich jetzt auch gehabt. Richtig auch noch nicht. Ja. Die mit der grünen Kappe. Herrlich. 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 Diese Standzeit hier. Ja. Stefan. Ja, die Rakete. Wieder. Guck mal, da geht jetzt einer. Ja. Boah. Hat genau die richtige hinterher gezündet. Ja, ja. Geil. Weiter Silberrakete. Und noch eine. Boah. 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 Sternflocken, ja, wollte gerade sagen. Hammer, die sind geil. Alles Funke. Hammer, ja, genau wegen dem Wind. Boah, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Geil. Welche war das jetzt? Wettertanz. Machen wir mal die drei hier auf einmal. Ja, sauber. Jetzt hast du mal den Vergleich zwischen der alten NLE Sander und den Silberblitz. Da können die alten einpacken. Auf jeden Fall, ja. Ja. Oh, die ist durchgezündet. Die ist durchgezündet. Silberrakete? Ja. Boah, Hammer. Bin ich froh, dass ich ein Paket eben noch von dir bekommen habe. Was war das für eine? Silberrakete. Ja, jetzt haben wir fast nur noch Salud. Ja. Hier die drei Dinger. Ja. Krass. Die ist auch nicht schlecht, ne? Geil, ne? Die haben gerade mal sechs Gramm. Ach, ist das auch noch. Ja, ja. Das ist aber 20 Gramm, aber schon extra. Hammer, ne? Hammer. Oh, die kommt, die kommt schräg. Ja? Komm, jetzt geht die hoch. Nein. Ja. Das hat mich schon firstet. Hammer, guckert.